Bist du auch mein imaginärer Freund? Mach nix! Take kommt immer wieder, wie wir so schön sagen. Bist du auch mein imaginärer Freund? Sehr gut. Überleg ruhig noch ein bisschen mehr. Mach noch hmmm. Hab mehr so ein hmmm-Gedanken. Aber nicht aussprechen. Nee, nee. Nur, dass du das im Kopf hast. Bist du auch mein imaginärer Freund? Ja? Probier mal noch eine. Bist du auch mein imaginärer Freund? Super. Wer soll noch mitspielen? Schickt mal Grüße nach Hollywood. Hallo Hollywood, wir sind unterwegs. Wir fangen mit dem Kleinen an und sind bald da. Die neue Stimme von Emma Watson ist hier. Mach dich auf was gefasst, Emma. So, dann probieren wir mal den nächsten. Und das? Dann komm gleich auf vier. Na, wenn du jemanden im Kopf nur aus... Wenn du dir jemanden im Kopf nur ausdenkst, damit du jemanden zum Reden hast. Versuch auch gleich das Spiel ein bisschen reinzubringen. Na, wenn du dir jemanden im Kopf nur ausdenkst, damit du jemanden zum Reden hast. Wie lustig. Ja. Ja. Der Vorteil ist, jetzt kennt ihr die Szenen schon. Die ersten mussten die immer erstmal kennenlernen. Die Szenen. Ist das funny? Sure. Können Sie fliegen? Können Sie fliegen? Auch hier ist er so halb am Malen und halb an Fragestellern. Okay, lustig. Das ist Elliot. Können Sie fliegen? Okay. Okay. Können Sie fliegen? Any funny? Sind die lustig? Super! Okay. Entschuldige. Wir haben ja Blödsinn gemacht. Das passiert leider manchmal. Willst du noch mal hören oder hast du aufgepasst? Wir wissen es einer. Gut, okay. Können Sie fliegen? Ja. Jetzt pass mal auf. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer den gleichen Bogen machen. Ja. Sind Sie lustig? Können Sie fliegen? Dass wir eine kleine Varianz machen. Können Sie fliegen? Können Sie auch fliegen? Also jetzt ohne den Auge? Genau. Genau. Sehr gut. Ja. Super. Können Sie fliegen? Sieht zu spät. Das ist für mich Wurscht. Wurscht. Das ist uns für mich Wurscht. Pete, ist Elliot dein imaginärer Freund? Das fand ich super. Sie müssen nur an die richtige Stelle geschoben werden? Nein. Ich denke, Sie können alles, was immer du willst. Ich denke, Sie können alles, was immer du willst. Toll. Weil Sie ja nur ausgedacht sind. Lass Sie ein bisschen mit. Weil Sie ja nur ausgedacht sind. Super. Wurscht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke. Vielen Dank. Vielen Dank.